Ja, hallo zusammen, ihr da draußen. Wir sind wieder im Let's Play. Ja, mitten im Morgengrauen, wie man es nennen will, bis zum Morgengrauen. Warten wir nicht, denn es ist schon Morgengrauen. Ich finde, der Himmel sieht sehr geil aus. Ja, erstmal frohe Weihnachten noch. Die Weihnachten, also nachträglich, wie man es nennen will, halt, ähm, naja. Und wir haben ja heute 27 dran und deshalb ist ja keine Weihnachten mehr. Deshalb, ja. So, wir waren ja dabei, unseren kleinen Turm zu bauen. Ähm, ja. Gut, muss ich mal gucken. Wenn hier außen... Hier ist die Säule, also kann das Teil weg. Okay. Ich stelle mich da nicht drauf, weil ich weiß nicht, ob überall einer drunter ist. Glaubt zwar schon, ja. Das können wir uns sogar noch nicht mehr holen. Ja, gut, da ist einer drunter. Und jetzt tschüss. So. Oder nee, wir machen es anders. Ähm, Spitzsack haben wir mit. Die wird aber gleich kaputt sein. Zack, zack. So. Gut, dann hätten wir... Weil ich will... Das ist praktisch dann... Der Stein ist praktisch so dieses Stützen, die das halten. Alles. Und hier können wir dann noch ein bisschen praktisch erweitern. Und können dann... Also breiter bauen als... So halt. Und verkleinern können wir ja trotzdem. So, wenn er jetzt noch zwei Blöcke hält, die Spitzsacken dann sind wir glücklich. Lass mich raten, ein Block davor wird sie kaputt gehen und wir haben keine Spitzsacken mehr. Ah, ich bin so schlau. So, 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 so. Da wir kein Eisen mithaben, machen wir jetzt einfach zwei Steinspitzhacken. Ne, nur eine, denn ich will nicht den ganz, weil wir werden den vermutlich nicht so viel brauchen. Deshalb müssen wir es ja auch keine machen. So, oh, da ist die Treppe, nicht da oben. Das ist ganz schön aufwendig, hier hochzulaufen. Naja, egal, wenn was schön werden soll, dann muss man halt leiden. Zack. So, jetzt schön alles mit Wood ausfüllen. Und dann hätten wir auch eine schöne Aussicht. Gut, was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? Also, ja, das, weil ich finde Weihnachten immer cool, halt. Weil man da immer mit der Familie zusammen ist natürlich. Und natürlich auch wegen Geschenken halt. Ähm, hab ich ein bisschen Geld bekommen, halt, um mir dann mein PC zu kaufen. Ich hab mich schon fertig zusammengestellt, praktisch. nicht. Also, ich hab ihn natürlich noch nicht, aber ich weiß schon, wie ich ihn mir bauen werde. Und, ähm, ja, ich bin grad am Sparen für den. Sammle halt praktisch so das Gelb gerade. So, halt, was ich brauche. Warte halt. Ähm, ja, hoffe, dass ich es bald habe. Ja. Auch sehr hilfreich. Und ja. So. Gut. Warte mal gucken. Eins. Und vier. Zack. 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 Aua. Oh, ich hab schon mal da. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Gut. Au. Eins. Zwei. Drei. Fünf. So, wir stellen das jetzt einfach hier oben schon auf den Table hin. Möchte mich nicht immer runterlaufen. Sondern wir brauchen eine Ochs. Ohne Stein Ochs. Denn das hier hätte ich nicht hinbauen müssen. Denn das war Sinn. So. Gut. Dann banden wir jetzt hier alles wieder ab. Machen hier Koppels dann aus dem Raum. Können das ganze Zeit am Schluss einsammeln. Ich finde also die Aussicht, die ist schon nicht schlecht. Würde ich sagen. So ganz unverteidig. Ich bin ja nur der Erbauer. Öhe. Öhe. Ja. Mal sehen. Sieht man unser Babyhäuse? Ja. Also die Fläche hier ist doch schon ganz gut. Ja. Noch nicht übermännlich. Aber vermutlich machen wir hier dann noch das Füllen. Das hier füllen vielleicht alles mit Dreck aus. Können wir gleich machen, weil wir im Turm fertig sind. Ähm. Dann hier hinten diese Kante weg. Dann kommt hier irgendwie der Weg runter. Müssen wir mal gucken. Oh. Hier haben wir noch gar keine Säule hingemacht. Hm. Hab gedacht, da hätten wir eine hingemacht. Naja. Dann haben wir jetzt einen hingemacht. Egal. So. Ich hab ja auch schon in diesem Weihnachtsbächel am 23.12. hab ich ja, ähm. Wie heißt's? Wie nennt man das denn? Ja. Ähm. Ich hab mal ein Texture Pack vorgestellt. Und. Ja. Das wird bald fertig. Ähm. Also weiß nicht wann. Vielleicht so Januar, Februar fertig sein. Wird jetzt zum Download gestellt. Und ähm. Dann werde ich damit auch Let's Playen. Wird's vermutlich in 64 Pixel geben. Wie ich's ja auch vorgestellt hab. Äh. 128. Glaub ich. Ja. 128. 256 Pixel geben. Damit's auch die Super Gamer hier, die so Super Prozessoren haben. Ähm. Die das dann auch sich machen können. Wir gucken mal, ob wir's kriegen. Wie machen sich diese komische Mauer nochmal die Summe. Oh. Ja. Macht man. So. Naja. Zwei Stacks wird gut. Ich. Reichen. Ups. Ja. Einfach so. So. Gut. Zapp. 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 Weil ich find die machen richtig geil gemacht. Weil die sind einfach nicht hoch. Also da kommt nicht drüber. Aber die sind auch nicht höher als den Block. Und nicht so wie Zeilen, dass man da drin rumwarkt. Weil man kann auch voll. Also richtig cool gucken. Finde ich halt sehr cool gemacht. So. 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 Wo sollten wir das hier machen? So mal. Das war knapp. Da hat'n wir nun nicht mehr viel Leben. Ja, dann können wir uns wenigstens auch mal von unten angucken, wie er aussieht. Ich hoffe, der sieht jetzt nicht irgendwie komisch aus. Naja, geht doch. Ich würde sagen, wir machen immer auf der Höhe die Reihe. Dann haben wir hier mal drei. So. Eins, zwei, drei, zack, 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 zack. So. Zapp, zapp, zapp. Zapp, zack, 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 zack. So. Jetzt wird schon wieder Nacht. Wir sind gerade mal hier mit dem Turm ein bisschen weitergekommen und es wird schon wieder Nacht. Oh, wir haben keinen Cobblestone. Nein, Cobblestone. Gucken wir, ob wir da noch was haben. Cobblestone will ich haben. Cobblestone will ich haben. Cobblestone. Oh, yeah. Na, Dreck haben wir ja noch. Ah, Cobblestone auch. So, das müsste reichen. Naja, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Sieht sehr turmig aus. Turmig. Sehr turmig. Wenn man das so nennen darf. Turmig. Neuerfundenes Wort. Wie schwertig oder sowas. So. Na klar, dass wir da nicht durchkommen. So. So. Gut. Wie ihr vielleicht merkt, es leckt nicht mehr. Hm? Ich pack nur noch in der Wand rum. Äh. Ja, weil ich hab mir am Wochenende, weil ich ja Formel 1 2012 gekriegt hab. Und das ist irgendwie nicht gelaufen auf dem Computer. Dann hab ich mir den neuen Grafikkartentreiber runtergeladen. Und, ähm. Ja. Der, wie ihr seht, perfekt funktioniert hat. Also hier zum Beispiel. Ähm. FIFA, äh, Formel 1 2012 geht auch. Ja. Und. Minecraft läuft auch flüssiger. Ihr seht dauerhaft 50 FPS. Keine Lags mehr. Yeah. Find ich sehr geil. Sein Nebeneffekt halt. Hätten wir ja auch früher drauf kommen können. Aber das wäre zu einfach gewesen. Erstmal halt. Ähm. Pfff. Ähm. Ähm. Pfff. 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 hier der hin satt der kommt weg das kommt weg, das kommt weg das kommt weg weil die brauchen wir ja nicht weil wir jetzt hier die coolen Zäune so das steht doch ganz nice aus so soll ich denn noch einen oben drauf bauen und dann erst also hier halt so dann können wir jetzt schon das Dach bauen ich hoffe das sieht cool aus weiß nicht wird schon passen halt so rein theologisch theopraktisch gesehen her müssen wir hoffen dass dies passt gut und noch eine gerade gerade hier hier sind hier mathematische superformeln hier ein quadrat hat vier gleiche Seiten hier ja interessant ja so ich hab ich Dreck kacke oh nein nein wir sind mehrere Meter über dem Boden oh nein wenn wir jetzt abstitzen werden wir es überleben nein werden wir nicht überleben dann werden wir sogar tot verdammt verdammt was machen denn diese Träten hier und wir haben natürlich keine Treppen mehr so so haben wir eine Leiter so dann machen wir uns hier ein paar Treppchen auch wenn ein Stack nicht mehr annähernd reicht ich hoffe nur wir haben unter der Kiste noch was so normales was hoffe ich einfach mal denn sonst können wir wieder neues Holzformeln gehen dazu hab ich gesagt keine Lust schon wieder so viel Holzhacken zu gehen weil dann sind wir wieder einen halben Part mit Holzhacken beschäftigt und dann ja dann mach ich hier gleich auch schon mal drauf so 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 interessant sehr intelligent krackig scheiße Dreck wir haben zu wenig so ich könnte sogar reichen wenn sich mehr als 10 sind was ist glaube ich nicht sehr und es reicht es reicht es reicht es reicht es reicht fast exakt wow fast down gefolgt so so und der Weg geht er runter lalalalalala 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 wir haben jetzt auch fast kein Eisen mehr was wir eigentlich fürs Lager verwenden wollten aber ja kann man ja so auch verstanden wo ist denn jetzt unser Haus was ist denn da na toll super kein Holz mehr viel Spaß Leute da haben wir ja noch eine Axt Leute wir müssen jetzt nicht mehr der Stein Axt da abbauen sieht toll stylisch aus hier blub 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 oh da steht wieder der wie ist denn irgendwas von Creeper King ich glaube da ging es zu irgendeinem Nioh unter oder sowas keine Ahnung antwort das ist die hier die sind hier pocket Achso, das waren wir ja mit dem Creeworking. Stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Das waren ja die verkackten Parts, die nicht aufgenommen wurden. Also die schon aufgenommen wurden, wo kein Ton aufgenommen wurde halt. Ja. Das fand ich sehr scheiße. Und der Creeworking wird nämlich auch erst wieder zu Gast kommen, wenn ich meinen neuen PC hab. Vermuten wir mal so. Und vielleicht auch ein neues Headset, oder weiß noch nicht. Ja, auf jeden Fall krieg ich bald ein neues Headset. Irgendwann halt so ein... Ja, äh... Äh... Weiß ich nicht wann. Vielleicht zu Ostern oder so. Bei Geburtstag hatte ich ja jetzt. Und... Ja. Wieso denn auch?